guten abend mallorca da bin ich mal im kurzen video heute am montag wochenanfang und ja für mich geht der tag heute zu ende etwas ruhiger ist es geworden um den tourismus soll auch nicht heiß und keine arbeit da ist ja es sitzt jetzt hier noch mal ebenso zwei minuten am strand hinter mir geht die sonne und da kann man gerade gar nicht so schön sehen ein bisschen schwenke ist sogar da hinten die insel dragonera zu sehen in st elmo bin ich oder in sand elm wie es so schön heißt ja ein bisschen meeresrauschen zur entspannung und ja was gibt es noch kurzes zu berichten auf dem abend bis auf dass die autobahnen ruhiger werden bis auf dass die orte ruhiger werden viel hat im moment geschlossen stehen bei einigen renovierungsarbeiten an und ja auch ich muss passivierung glaube ich ja die zeit dass es ein bisschen ruhiger wird also auch für einen selber ich wünsche euch einen schönen abend und ja kleine info noch am samstag werde ich kein wie am samstag machen dann bin ich nicht da werde mich kurz melden aber auch keinen live stream machen ich lasse mir da was einfallen mal sehen vielleicht kriegt da was hin ansonsten sehen uns am donnerstag würde mich freuen wenn ihr alle dabei seid ciao bis dann bis dann